So, hallo, hier ist wieder Shoninja und wie versprochen habe ich jetzt den Randolph wie immer neben mir sitzen bei Minecraft. Und mein neues T-Bone Standmikrofon ist jetzt auch in der Lage seine süße Stimme aufzunehmen und ja. Und ich bin ganz begeistert. Und er ist ganz begeistert, gut. Dann legen wir uns jetzt mal begeistert ins Bett, weil draußen ist es schon dunkel und die bösen Monster laufen rum. Ach nicht, du wolltest gerade Gras in deiner Wohnung pflanzen. Nein, ich wollte es wegwerfen. Ich habe den Knopf gesucht. Dann Sachen so einen Tag liegen oder ich weiß nicht, ob jetzt beim Schlafen das schon resettet wird. Dann sind sie meistens weg, ja. Und ist es weg? Nein, jetzt waren wir noch weg. So, ich war dabei mein Bücherregal aufzubauen. Ich glaube ich wollte mir noch... Da hinten drei... Da vorne drei, sechs, neun. Jetzt muss ich aber mal rechnen, weil das habe ich nicht im Kopf. Halt, wo ist meine Werkbank? Bücher, 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 Bücher. Da. Neun Bücher brauche ich. Neun mal drei sind 27. 27 mal drei sind 60, sind 81. Ich brauche 81. Blätter, habe ich mir jetzt verrechnet. Neun Regale, 27 Bücher, 60, 81 Blätter. Tatsache. Also 81 mal Zucker. Na gut. Ich habe hier nur Holzkohle hergestellt. Holzkohle. Wo siehst du das gerade? Balfacke. Ich habe doch nichts. Kohle findest du nur, aber aus Erde und dem normalen Holz, das noch nicht verarbeitet wurde, könntest du auch was machen. So, ich ernte erst mal ein bisschen Zucker ab. Und danach entscheide ich mal, was ich dann mache, nachdem ich mein Bücherregal fertig habe. Dann sollte ich wahrscheinlich mir in einen Zaubertisch basteln und dazu brauche ich aber irgendwas. Obsidian oder so. So, das waren 35, fehlt noch mindestens doppelt so viel. Das kann raus. Was machen meine Schäfchen? Ich springe oder einen hässlichen Zaun. Der ist nicht hässlich. Oh, ne, deine Lücke zu sich wandeln, Schau. Ach stimmt, gut, dass du es sagst. Da wollte ich doch noch Zaun bahnen. Wie viel brauche ich denn noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, hast du jetzt sogar Spinnen gezüchtet? Ja. Ich bin Level 24 und du bist zwölf, mein junger Paderwan. Das ist ein kleiner Vorsprung. Du lässt mir vorspringen. Scheiße, ich habe schon wieder mein Ding eingesammelt. Ach Mist, und ich habe immer noch nicht meine Dinger beschriftet, aber das wäre jetzt für die Pärin, dessen du dabei bist. Sonst halte ich dich jedes Mal vom Arbeiten ab. Ach, du stückst mir. Ja, Hauptsache vom Arbeiten abgehalten werden. Arbeite, scheiße. Kann mein ganzes Dach versäumen. Vom Arbeiten abgehalten werden und Bier trinken. Das ist doch dein Leben. Ah, ich habe sogar noch zwei. Hier oben ist auch noch ein Zaun, aber ich baue nicht die an meinen. So, was habe ich gesagt? Fünf Stück. Hauen wir mal sechs. Den nehmen wir noch zwei. One, two, three, one. Hey, zu. Lass mich durch, ihr Schweine. Hey, man sieht sogar wieder in den Gras fressen. Da hast du das mehr rum. So, zu. Also, Unsinn, genügend. Nein. Scheiße. Sollst du sie nicht töten? Wir sind lieb. Oh, eins habe ich jetzt geschlagen. Ich werde dich kommen hier gar nicht raus, um eins hinzubringen. Ach, Scheiße. So, wo kannst du die da weg? 54, 81 habe ich glaube ich gesagt. Ich habe übrigens noch 30 Kohle, sehe ich gerade. Und hier ist auch nichts mehr. So, was tue ich jetzt währenddessen, mein Dings? Ich könnte da auch irgendwann mal gleich in hier eine Höhle reinbauen. Ja, das mit der Höhle ist schon so lange her wieder. Ich weiß nur, dass ich doch da diese eine riesen Kammer gefunden hatte. Aber da hatte ich dann glaube ich nicht weiter erforscht. Ich habe übrigens jetzt, ist mir wieder eingefallen, wie man mit den Leuten da handeln kann. Da braucht man Goldnagels. Und dann kann man wahrscheinlich mit den quatschen, wenn man irgendwas drückt. Also... Aber Gold haben wir ja glaube ich nicht. Zumindest keine Nuggets, ne? Ähm, nee. Das braucht doch das doch schon mal richtig voll, ne? Da muss ich mal in meiner Kamera gucken. Meiner Kammer des Schreckens. Meine Küche? Nicht meine Küche. Ey, komm, meine Küche ist ja wohl aufgerockt. Mal weg zu deiner Küche. Ist ja auch aufgeräumt. Was ist denn hier los? Ah. Das Kammer hat alles seine Ordnung. Ja, solange der mit Corona nicht da ist. Demo zum Schwimmer. Ich glaube ihr nehmt euch da nicht viel. Doch. Du wirst natürlich die Ordnung in Personen reißen. So, ein bisschen Kohle für den Herrn. Ohne Kohle, ja nur ein bisschen. Weil ich wollte zuerst Kohle machen. Wo ich's kann. Of course you can. Ja. So, die letzten mal hatte ich halt die Wüste ergründet. Da mache ich halt so lange mein Zuckerrohr gepflanzt wird. Guck ich mal hier hinten lang. Bei der X-Logs-Version ist halt die Karte gar nicht so groß. Wird die nicht auch immer größer raus sein? Nee, bei der PC-Version wird die glaube ich immer größer. Da würde die sich aufbauen, je mehr der Mann da ist. Aber auch nur zu nem Maximum. Hier hinten gibt Zuckerrohr. Dann klau ich mir noch das. Dann brauche ich weniger Rochen. Ich hab gelesen, bei der X-Box One, bei der neuen, gibt es ein eigenständiges Minecraft. Ich hoffe nur, dass man, wenn man sich das hier gekauft hat, nicht nochmal das neue kaufen muss. Weil, finde ich schon eine Frechheit. Ich hab 15 Euro für das normale Minecraft für den PC bezahlt. Dann nochmal bestimmt 10 oder 20 Euro für die X-Box-Version. Ich glaube so 1200 Punkte sind 15 Euro. Und dann wahrscheinlich nochmal 1200 Punkte oder mehr, um sich dann die andere Minecraft-Version zu holen. Und die Minecraft-Version für die neue X-Box soll dann auf dem Stand der PC-Version, glaube ich, sein, hieß es. Und man hätte dann wohl auch die Option, ein paar Map-Packs, Tekturen, Pakete und sonst was zu laden. Ah, dann willst du überhaupt auf der X-Box haben. Ich spiel gern auf der X-Box. Guck mal, so könnten wir jetzt nicht zusammenspielen. Na doch, am PC, aber nicht live. Ist doch viel witziger so. Oh, ich hab eine zweite Stadt gefunden. Hier oben. Eine halbe Kartenentfernung von unserem Lager entfernt. Gut, da habe ich hier keinen Gold, da brauche ich da jetzt auch nicht hingehen. Dann laufe ich mal lieber zurück, weil bis ich da bin, ist es Nacht. Oh, da ist es dunkel. Wo ist denn das? Bei dem Dorf der... der Aborigines. Ach, da ganz hinten bist du. Ja, warum aktualisiert sich die Karte bei dir nicht? Weil ich nämlich da war, sicher. Guck mal auf der einen. Eigentlich dachte ich ja, dass das für uns beiden ist. Spring, komm, überlebe es nicht. Was törst du? Nur gucken, wo ich bin. Oh, Gott, Uli. Ach, scheiße. Das passiert mir aber auch immer, wenn ich Sachen rauswerfe. Solange du das nicht mitten im Kampf machst mit deinem Schwert. Tentenpfisch. Da hinten sind schöne Lautbäune. So, ich darf schon nach Hause gehen. Ich krieg langsam Hunger. Da ist aber noch Kürbis, den nehm ich mit. Ich treu mir, woher hast du? Ja, aber... So, hab ich... So kann ich mir ein paar Kürbisfackeln bauen. Ich glaub, die waren ganz gut von der Sicht her. Oder sie war ganz schlecht, eins und beiden. Sorgt nicht extrem. Entweder viel besser oder viel schlechter. Aber ich glaub, sie waren gleichwertig. Die schlechteren waren diese Redstone-Fackeln. Ah, ich seh mein Haus. Oh, hier ist Magma und direkt an der Oberfläche. Ich bin... Oh, noch nie, kann man's. Ja, relativ nah. Ja, aber ist noch nicht jetzt noch. Das, 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 genau. Oh, hier ist ganz viel Weizen. Aber brauch ich ja nicht mehr. Zumindest momentan nicht. Wenn du noch weiter gehst, hast du noch mal nur so viel Weizen. Bei deinem. Ja. Obwohl, wir können ja mal ein paar Brote backen und hier verteilen. Ich wundere mich gerade, warum mein Zuckerrohr anzeige mich größer wird. Aber mehr als 64 Items kann man ja nicht haben. Zumindest als ein Stuck. Oh, ich hab langsam richtig Hunger. Toll. So, jetzt. Wie viel hab ich? 38 plus 64 sind... ...über 100. Hier riecht's nach Rauch. Hier draußen brennt einer. So, das I kommt hier hinten rein. Da sind Rohstoffe. Und jetzt das. So. So, ich hab ja auch ein Bett mit. Ich hab ja... ...ne Bier schlafen. Ne, ich hab nur ein Geld nugget. Goldbarren. So, Kürbis hab ich auch schon. Okay. Dann bastel ich mir mal ein paar Bücher rein. Wattest du denn letztmal schon welche? Ja, aber es waren zu wenig. Also ich wollte zumindest ein richtig großes Ding haben. Ich arme mal ein paar Wolle an Schaffen. So, wie viel hab ich jetzt? Fünf? Ach, Holz fehlt mir. Wie, hier ging mir eine Rolle? Alter! Da war ein Creeper. Creeper? Wie heißt der? Creeper. Creeper. Creeper ist auch lustig. Konnte ich mich nicht. Ich leg mich schlafen. Okay. Elf Stück. Okay, ich brauche neun, hab ich gesagt. Eins kann ich noch machen. Also kann ich dir drei Bücherregale schenken, wenn du möchtest. Ach, brauche ich nicht. So, machen wir jetzt erstmal Leder und dann hab ich mal ne Rüstung. Leder oder aufstehst du, oder? Mhm, lecker und leer. So, und hier kommt dann mein Zaubertürchen. Oder da? Also, ich妈. Ich liebe euch nicht.